Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Unboxing-Video. Ich bin echt froh, dass ich euch dieses Unboxing-Video hier zeigen kann, denn ich habe die Pico 4 erhalten. Die Pico 4 ist aktuell schon vorbestellbar. Wenn ihr die kleine Version mit 128 GB nehmt, liegt ihr bei 429 Euro. Und die große Version mit 256 GB kostet 499 Euro. Da muss man natürlich abwägen, was ist einem wichtig? Lieber Geld sparen oder mehr Speicher? Ich sage einfach mal so, die Spiele werden natürlich auch nicht weniger von Gigabyte-Zahl her. Und von daher ist es immer besser, mehr Speicherplatz zu haben, um nicht nachher ja immer wieder Spiele löschen zu müssen, wieder installieren, löschen und so weiter. Von daher ist es schon sinnvoll, die große Version zu nehmen. Wenn man das Geld übrig hat, sollte man das auf jeden Fall anlegen. Ja, wenn ihr die jetzt bestellt, liegt die sehr wahrscheinlich im besten Fall am 17.10. schon bei euch auf der Fußmatte und ihr könnt loslegen. Es wird heute kein Review, sondern es gibt ein Unboxing. Ich gehe nochmal auf die ganzen Specs mit euch ein. Was ist das Besondere an dieser Brille? Und ja, nach diesem Unboxing-Video werde ich natürlich mir die Zeit nehmen, das Ding hier genau unter die Lupe zu nehmen, zu testen. Und danach gibt es natürlich ein Review-Video. Und nach dem Review-Video gibt es natürlich auch Gameplays da mit der Pico 4. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, das Paket hier zu öffnen. Ich habe es noch nicht geöffnet. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bevor wir ins Auspacken gehen, zeige ich euch mal den Karton. Und ja, wir haben hier eine schöne glänzende Oberfläche mit dem weißen Pico 4 Logo. Dann haben wir hier mal in der Ansicht die VR-Brille selbst und die Controller. Und hinten auf dem Karton, ja, haben wir ein paar gute Spiele, die im Store erhältlich sind. Sind natürlich viel mehr erhältlich, aber hier sind schon mal ein paar Kracher. DemiU ist echt super. Eleven, Warplanes, Blade & Sorcery, After the Fall. Also sehr gute Titel dabei. Und ja, was ist eine gute VR-Brille, wenn es keine Spiele gibt oder keine guten Spiele gibt? Und da versucht Pico natürlich, den Store gut zu füllen, damit wir alle Spaß damit haben. Und ich denke mal, das wird denen auch gelingen. So, jetzt machen wir einfach mal das Paket auf. Ich habe auch eine Tischkamera, wie ihr unten in der Ecke seht. Und die werde ich jetzt mal umschalten. So, damit ihr so ein bisschen einen besseren Überblick habt, was ich hier auspacke. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich liebe ja sowas, ne? Das ist einfach sehr aufregend. So, also Karton ist auf jeden Fall schon mal sehr hochwertig. Ja, nichts wackelt. Und es riecht immer so neu. Das ist auch einfach genial. So, das Wichtigste schiebe ich erstmal kurz zur Seite. Wir schauen uns mal an, was wir hier noch in dem Karton haben. Und hier haben wir noch an der Seite. Hier haben wir noch Laschen. Da haben wir noch irgendwas. Schauen wir uns mal an. Ich schiebe das auch mal zur Seite, dass es dann nicht mehr stört. So, jetzt muss man immer schauen, wie kriegt man sowas auf. Ah, okay. Da haben wir es schon. So, und hier haben wir, ich denke mal, das sind kleine Heftchen. So, Safety Warranty und, genau, Safety Warranty Guide. Dann haben wir hier den User Guide. Und den Quick Guide solltet ihr natürlich euch anschauen, bevor es losgeht, dass man mal reinschaut, wie alles genau funktioniert und so weiter. So, dann haben wir hier das Nasencover, das wird vorne reingeschoben in die Brille, damit man halt nicht nach unten schauen kann. Und, dass nicht so viel Licht reinkommt. Auch natürlich sehr wichtig. Wer es nicht braucht, kann es natürlich auch weglassen. Dann packe ich erst mal hier zur Seite. Dann haben wir hier, ich vermute, das ist der Spacer für Brillenträger. So, ja, das sieht so aus. Gucken wir uns aber gleich mal genauer an. Und sehen wir auch hier ganz gut, wir haben hier schon Magnete. Und, ja, der wird wahrscheinlich einfach schön einsnappen und dann, ja, steckt der Spacer schon. Das schieben wir auch mal kurz zur Seite. Zeige ich euch dann gleich nochmal genauer, wenn wir die Brille auch mal aufhaben. So, jetzt kommen wir hier zum Laden und, ja, wir haben hier ein USB-Kabel, wo wir die Brille dann mit laden können, wenn wir zum Laden kommen. Wir haben einen 5300 mAh Akku verbaut, der ungefähr drei Stunden Spielzeit ermöglichen soll. Wir haben Quick Charge 3.0, das heißt, wir können die Brille auch relativ schnell wieder aufladen. Wir haben hier auch das Pico-Ladegerät, auch mit USB-C. Und schon können wir loslegen mit dem Laden. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man, ja, lange Sessions macht oder, ja, man will aber schnell wieder spielen, dass man halt schnell die Brille auch laden kann. Und, ja, so Quick Charge ermöglicht das natürlich auch. So, jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Karton, wie ihr seht. Ich versuche es auch mal. Die Lasche zeigt ja eigentlich ganz gut, dass da noch was versteckt ist. Ah, okay, das sind die Controller-Schlaufen. Auch sehr wichtig, also benutzt die definitiv, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man während des Spiels bei irgendeinem Kampfspiel oder sonst was den Controller aus der Hand rutschen lässt. Und der verletzt dann eventuell Leute, die zuschauen gerade oder fliegt in den Fernseher oder Monitor rein. Muss nicht sein, von daher benutzt die definitiv. So, jetzt schauen wir uns mal das Headset genauer an und heben es mal aus der Verpackung. Und hier merkt man auch das, was ich gelesen habe, dass wir wirklich Gewicht hinten haben und auch vorne. Und dass es relativ gut ausbalanciert ist. Das kommt natürlich daher, weil die Akkus hinten verbaut sind. Und bei anderen VR-Hetzets hat man das Problem, dass wirklich alles vorne verbaut ist. Dadurch ist die Brille dann meistens frontlastiger und kann eventuell dann irgendwann drücken, weil es hier runterzieht. Und ja, hier hat man natürlich jetzt den Vorteil, dass es hier vorne leichter ist. Und ja, dass man das eventuell dann nicht mehr so frontlastig hat, dass es nicht mehr stört. Das Ganze können wir uns jetzt mal anschauen. Dafür muss ich erstmal hier diesen Aufkleber entfernen. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. So, wir haben hier bei dem Aufkleber, ich zeige euch das mal auf der großen Kamera, haben wir hier diesen Versteller. Und damit können wir das Headset kleiner oder weiter oder enger schnallen. Und das mache ich jetzt einfach mal, da ziehe ich mir aber mal kurz die Brille aus. Und testen wir mal ganz kurz, wie der Halt so ist. So, muss man natürlich auf die eigenen Bedürfnisse anpassen, besser. Und also erstmal fühlt sich vorne sehr angenehm an. Hinten eigentlich auch, da muss man halt ein bisschen rumprobieren, bis man die perfekte Stellung hat. Aber sieht jetzt erstmal gut aus. Natürlich kann ich jetzt hier noch drunter sehen, weil das Gummi noch nicht eingesetzt ist. Aber ansonsten fühlt sich erstmal echt gut an. Ich bin gespannt auf die ersten wirklichen Game-Tests. Da kann man erstmal wirklich sagen, wie gut so ein Headstrap ist, wie komfortabel das Ganze ist. Aber macht erstmal einen guten Ersteindruck, muss ich sagen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das mit dem Facecover funktioniert, um auf Brillenträgermodus umzustellen. Und dazu klammern wir es einmal hier nach vorne. Ich stelle euch nochmal die große Kamera ein. Und ja, jetzt nehmen wir einfach das Original-Facecover erstmal ab. Das ziehen wir einfach und ja, ist halt magnetisch. Dann als allererstes sollte man den Nasenschutz mal ran machen oder montieren. Und ja, das geht auch ganz einfach, indem wir einfach den hier runterschieben. Und dann rastet der auch hier ein. Und ja, schon ist er montiert. Fertig. Und wenn wir jetzt den Spacer als Brillenträger benutzen wollen, der wird auch einfach nur vorne drauf gesetzt. Ihr hört es, der klickt ein. Und das Ganze dann auch mit dem richtigen Facecover. Und schon ist es fertig. Ja, wenn wir schon beim Facecover sind, können wir ein bisschen tiefer in die Brille reinschauen. Und dann sind wir bei den Linsen. Und die Linsen sind Pancake-Linsen, die anders als fressende Linsen keinen fressenden Schliff haben und auch viel flacher bauen. Deshalb ermöglicht das auch, dass wir ein größeres Field of View haben, weil wir natürlich näher an den Bildschirm rankommen, als wenn wir jetzt noch große Linsen davor haben oder ja, Linsen, die sehr hoch bauen. Und anders als fressende Linsen haben die auch nicht dieses Godray-Problem, was wir haben, dass wir diese, ja, wir haben kontrastreiche Sachen auf uns zukommen. Sag ich mal, in dunklen Szenen kommt irgendwas Helles dazu. Dann haben wir das Problem bei fressenden Linsen, dass wir diese Godrays haben und diese Überblendungen. Und das soll bei Pancake-Linsen nicht der Fall sein, weil die halt nicht diesen fressenden Schliff haben, diesen abgestuften Schliff. Und ja, da bin ich echt gespannt, wie sich das Ganze auswirkt. Aber ja, die wurden sich schon echt oft gewünscht, diese Pancake-Linsen. Jetzt sind sie endlich mal in einem Headset verbaut und ja, da hat Pico alles richtig gemacht. Jetzt schauen wir uns die ganzen Sachen auch mal an. Hier wird auch gewarnt vor Sonneneinstrahlung, also definitiv nicht in die Sonne legen, dass die Linsen das abbekommen. Und ich mache jetzt mal beide Aufkleber ab und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen diese Linsen an. Ich drehe das Ganze mal. Ja, hier sieht man, es sind einfach ganz normale Linsen, die nicht diesen typischen fressenden Schliff haben. Und ja, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das dann auswirkt aufs Spielen, auf dunkle Szenen und so weiter. Wird natürlich alles im Test dann abgeklärt. Noch tiefer als die Linsen, da sitzt das Display und wir haben hier ein LC-Display verbaut mit 2160x2160 Bildpunkten. Wir haben eine maximale Refresh Rate von 90 Hertz, 72 oder 90 Hertz, was meiner Meinung nach vollkommen ausreichend ist. Ich merke den Unterschied hier sowieso nicht zwischen 90 und 120. Und dann haben wir ein Field of View von 105 Grad und das ist schon ordentlich. Da freue ich mich, weil Field of View ist mir verdammt wichtig. Man merkt es natürlich sehr, wenn das Field of View sich vergrößert. Und das haben wir dann auch den Pancake-Linsen zu verdanken. Und ja, das ist das Display. Noch tiefer als das Display ist natürlich die CPU. Und die CPU ist ein XR2 Snapdragon mit 8 GB Arbeitsspeicher. Und das ist natürlich genau die CPU, die wir aktuell brauchen in High-End VR-Headsets. Und ja, das ist die Pico 4. Und ja, sollten wir genug Power haben, um auch qualitativ hochwertige Spiele zu spielen. Und jetzt kommen wir mal zu den, ja, zu den anderen Teilen, die wir hier noch verbaut haben. Und jetzt nehmen wir erstmal, jetzt nehmen wir erstmal hier die Aufkleber ab. So, ihr habt gesehen, es war vorne auch noch eine Kamera. Die ist fürs Pass-True, fürs, ja, Farb-Pass-True. Also wir haben hier wirklich eine RGB-Kamera drin. Und ja, die ermöglicht es uns, dass wir dann wirklich, wenn wir das Guardian verlassen, dann auch wirklich eine Farbwiedergabe haben von unserer realen Welt. Und da es nur eine Kamera ist, wird es wahrscheinlich kein, ja, wirkliches VR-Bild sein. Aber was macht man auch großartig, wenn man mal kurz irgendwie den Raum verlässt? Man will eventuell was trinken. Man will eventuell gucken, okay, wo bin ich gerade im Raum? Dafür ist es vollkommen ausreichend. Und ja, Hauptsache, es ist auch in Farbe. Das ist auch ziemlich wichtig. Und ja, jetzt ziehen wir hier mal das ab. Hier haben wir natürlich die unteren Tracking-Kameras. Hier haben wir hier oben die Tracking-Kameras noch. Und dann haben wir hier noch, da mache ich jetzt auch noch mal den Aufkleber ab, dass wir die Brille nachher mal im Gesamteindruck haben. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt hier sehen könnt. Die zwei kleinen Löcher, die wir hier haben. Ich mache euch das mal ganz kurz auf die große Kamera. So, hier haben wir sie. Diese zwei kleinen Löcher. Das sind die Mikrofone, das ist ein Dual-Mikrofon mit Noise-Canceling und so weiter. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, wenn wir auch Aufnahmen machen wollen oder auch Multiplayer-Games zocken, dass das auch eine vernünftige Qualität ist. Und das werde ich natürlich dann auch noch testen, wie sind die eingebauten Mikrofone. Dann zeige ich euch jetzt noch die Lautsprecher, die wir hier verbaut haben. Dann haben wir hier unten noch die Lautsprecher. an den entsprechenden Stellen hier. Und ich versuche euch jetzt das zu zeigen. Ich gehe mal auf die Tischkamera. Ist, glaube ich, dann besser zu sehen, dass wir hier auch noch zwei Auslässe haben. Und das soll uns dann wirklich einen guten 3D-Sound liefern. Und da bin ich auch gespannt. Das ist natürlich sehr wichtig, um einen in der Immersion zu halten, dass wir richtig guten Sound haben. Auch, dass man eventuell auch mal Gegner orten kann. Und da bin ich auch gespannt drauf, wie kommt das Ganze rüber. Eigentlich bin ich ja so ein Fan von wirklichen Overhear-Lautsprechern oder Kopfhörern, die wir dann da drüber haben. Und es gibt auch Leute, die stecken sich Bluetooth-Kopfhörer rein. Aber natürlich, wenn das ein guter Sound ist, braucht man das alles nicht. Aber da bin ich echt gespannt, ob das laut genug ist, ob man das wirklich in der VR-Welt hält. Das gibt es natürlich dann auch, wenn der Test fertig ist. Ja, jetzt haben wir sehr viel zu der VR-Brille selbst uns angeschaut und angehört. Und jetzt kommen wir mal zu den Controllern. Und ich nehme mir die mal so. Und ja, fühlt sich gut an, muss ich sagen. Das Kunststoff fühlt sich so ein bisschen angeraut an. Also, dass man so einen guten Grip hat. Ist jetzt kein ganz glattes Kunststoff, was natürlich positiv ist. Die Controller fühlen sich wertig an, auch vom Drücken her. Fühlen sich echt nicht schlecht an. Also, ich habe jetzt keine Riesenhände. Also, ich habe so für einen Mann ganz normale Hände. Und schaut mal, ich komme überall mit meinem Daumen dran an jeden Button. Muss mich jetzt nicht großartig verbiegen. Ich weiß nicht, ob jetzt Menschen mit richtig großen Händen könnten hier eventuell Probleme kriegen. Das muss man aber auch noch abklären. Das kann ich jetzt von mir aus nicht sagen. Also, ich habe jetzt überhaupt kein Problem damit. Die fühlen sich echt gut an, liegen gut in der Hand. Und das ist erstmal das Wichtigste. Natürlich muss man sich auch an neue Controller immer gewöhnen. Ist egal, von wo nach wo man dann auch wirklich wechselt. Neue Controller sind immer so eine Sache. Und da muss man sich dran gewöhnen. Da muss man eine Einspielzeit haben. Und ich denke mal, nach kurzer Einspielzeit wird man hier auch Spaß mithaben. Und ja, ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt. Und ja, das waren die Controller. Ja, da sind wir auch schon fast am Ende von unserem Unboxing-Video. Und eine gute Nachricht noch. Der Virtual Desktop Entwickler wird auch die Pico 4 unterstützen. Das heißt, wir können mit der Pico 4 kabellos PC-VR-Games streamen auf unsere Brille. Und das ist natürlich perfekt. Weil ja, es ist schön, ein gutes autarkes VR-Headset zu haben, wo wir auch wirklich viele Games mitzocken können. Aber PC-VR-Games sind natürlich nochmal was anderes. Auch vom Grafikaufwand her ist natürlich klar, dass eine autarke Brille aktuell noch gar nicht liefern kann. Wenn man sich die Grafikkarten im PC mal anschaut, wie groß die sind, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass man die nicht hier reinpacken kann. Daher ist es super, dass wir PC-VR-Spiele weiterhin auch hiermit genießen können. Und ja, darauf freue ich mich. Das werde ich natürlich auch testen, wie gut das funktioniert. Und ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwie Fragen habt, Anregungen habt, gerne in die Kommentare rein. Dann werde ich versuchen, das auch zu beantworten, eure Fragen. Und gebt mir jetzt ein paar Tage Zeit, damit ich das Ding hier wirklich auf Herz und Nieren testen kann. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich testen soll, auch gerne in die Kommentare rein. Versuche ich dann auch mit in den Test zu nehmen, ins Review zu nehmen und darauf auch einzugehen. Und ja, nach dem Review wird es natürlich auch Gameplay damit geben, definitiv. Und ja, wenn PC-VR-Games damit gehen, wird es dann mit Sicherheit dann auch einen Livestream zu geben. Ich hoffe jetzt erstmal, ich konnte euch ja ein bisschen was zeigen und euch auch erklären, was es hier mit der Brille alles auf sich hat. Ich bin jetzt wirklich nur die Specs abgegangen, die hier schon bekannt sind. Ich habe noch keinen wirklichen Test gemacht. Ich kann auch noch nicht sagen, wie gut das Gerät hier ist. Es ist ein wirklich reines Unboxing jetzt gewesen mit ein paar kleinen Details, die ich euch dann noch gezeigt habe. Und alles andere muss man jetzt wirklich abwarten. Ich möchte mich jetzt bei euch nochmal bedanken für die Aufmerksamkeit, dass ihr hier jetzt auch so dran geblieben seid. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, meinen Kanal jetzt zu abonnieren. Und ja, ein Like kann natürlich auch nicht schaden, kostet auch kein Geld. Würde ich mich natürlich freuen. Und ja, ich sage jetzt einfach mal Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Und ich sage mal, wenn ihr dran bleibt, werdet ihr auf jeden Fall erfahren, wie es mit der Pico 4 auf meinem Kanal weitergeht. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao.